Musik Das Siegburger Restaurant Medo verbindet historisches Ambiente mit mediterranen Speisen. In idyllischer Lage direkt am Mühlengraben haben unsere Besucher einen guten Blick auf die Stadtmauer aus dem 14. Jahrhundert. Eine anspruchsvolle Gastronomie, die in ihrer Vielfalt eine erstklassige Küche bietet, entführt ihre Sinne in die Regionen des Mittelmeeres. Unsere reichhaltige Speisekarte der türkisch-mediterranen Küche bietet Ihnen schmackhafte Grill- und Pfannengerichte, Fisch- und Lamm-Spezialitäten ebenso wie vegetarische Speisen und leckere Desserts. Genießen Sie bei uns dieses einzigartige mediterrane Flair. Das Medo-Team freut sich auf Ihren Besuch. Auch in diesem Jahr findet im Siegburger Stadtmuseum wieder die Klassikreihe Resonanzen statt. In fünf Konzerten finden sich bekannte Musiker zusammen, wie zum Beispiel Violin-Cellist Gabriel Schwabe. Gemeinsam führen sie unter anderem Stücke von Mozart, Tchaikovsky und Schubert auf. Manche Stücke wurden sogar eigens für das Event in Siegburg komponiert. Das erste Konzert, welches am 8. März stattfindet, steht unter dem Motto Frühlingsgrüße aus Wien.